Alles ok? Das übergebe ich an den Starter. Wahnsinn, wie der schön hoch geht, gell? Im Laufung Starter, Mandalfeder, Schlochmauer, Klaas, Weißer Alten, Hübler, Heinrich, Ochsbeleg, Fischer, Cario, Eppel, Mario und hier unten Reinhardt. Ja, und das schnelle Fahrzeug für den Starter-Massierer, Super 90, fährt der Ochsbeleg von den Redpoints. Ja, da lasst es sich aufpassen. Ja, da sind sie nicht. Binnen sie nicht viel? Und da sitzt sie auch so nicht. Mama, komm einmal rein. Ich sehe schon, drei Pultofahrer können sich schon bereit machen. Drei Fahrzeuge stehen auf drei Stücke. Wir fahren mit Sicherheit nach diesem Lauf drei Traktorfahrer. Nein, das haben wir gar nicht. Er hat den Schub getraut. Drei Fahrzeuge. Drei Fahrzeuge. Drei Fahrzeuge. Drei Fahrzeuge. Das Fahrzeug geht super, der Fahrer beherrscht das Fahrzeug optimal. Wer soll dieses Fahrzeug schlagen? Das Rennen ist aus, das Rennen ist beendet.